An dieser Stelle erkläre ich nun, wie der erste Befund für die DVT-Befundung nun aus dem Ordner, mein erster Befund, erhoben wird. Wir haben also in den vorhergehenden Videos gesehen, wie der Ordner downgeloadet wird, wie die Castim-Software installiert wird und wie die Software so eingestellt wird, dass man auf dem Bildschirm genau dasselbe sieht, was ich in den Videotutorials zeige. Wir springen also nun mit einem Doppelklick in den Ordner, mein erster Befund. Und wir doppelklicken hier Start, mein erster Befund und damit wird die DVT-Software der Firma Carestream sofort gestartet. Das sogenannte Neuformatierungswerkzeug als Fenster hier überspringen wir jetzt in diesem Augenblick erst einmal und wir haben jetzt auf der linken Seite hier die Ansicht, die wir gewöhnlicherweise haben, wenn wir eine DVD zum allerersten Mal befunden. Wir sehen auf der linken oberen Seite also den Horizontalschnitt durch das gesamte Volumen, also durch die gesamte Volumenhöhe der DVT. Wir befinden uns jetzt genau in der Mitte der Höhe des Volumens, hier an dieser Stelle mit diesem Schnitt. Und links unten sehen wir das 3D-Fenster. Das kann man also hier an der Stelle so alles so ein bisschen bewegen, indem man mit der linken Maus hier reinklickt in das Fenster, die Maustaste gedrückt hält und das entsprechend hier so ein bisschen hin und her bewegt. Die gelbe Linie, und das können Sie sich sicherlich denken, ist hier die Horizontalebene. Das heißt, diese gelbe Ebene ist genau die Ebene, die im linken oberen Fenster hier dargestellt wird. Um jetzt den Befund zu erheben, müssen wir zunächst einmal eine sogenannte Panoramalinie einzeichnen in die DVT in der horizontalen Ansicht, also in diesem Fenster hier, und dazu wählen wir nun erst einmal die richtige Höhe der DVT aus, die im Horizontalschnitt angezeigt wird, damit wir entsprechend die Panoramalinie so einstellen können, dass die Zähne im Prinzip an der Stelle, an der wir sie auf jeden Fall betrachten wollen, nämlich an der Wurzelspitze in aller Regel, dann auf jeden Fall in der Panoramalinie erfasst haben. Ich schiebe dazu jetzt hier schon so ein bisschen diesen blauen Knopf, den wir hier sehen, nach links und rechts, und Sie sehen schon, dass sich hier die Höhe der Horizontalschnittebene hier verändert hat. Und wir stellen es jetzt so ein, dass wir sämtliche Zähne in der Horizontalebene sehen können. Und man sieht dann hier, dass die Zähne 4.7 und 3.8 wunderbar dargestellt sind. Wenn man jetzt das 3D-Modell hier mal vergrößert, erkennt man also hier in dem Bereich einen impaktierten 3.8 und hier die Zähne 4.7 und 4.8, die dann letztendlich irgendwo natürlich mit in die Panoramaprojektion einfließen sollen. Wir fangen jetzt an, die Panoramalinie einzuzeichnen. Dazu aktiviere ich hier auf der linken Seite das Symbol Bogen manuell erstellen. Ich klicke da einmal kurz drauf und dann ist das hellblau. Damit ist diese Funktion aktiviert. Ich gehe hinter die Unterkieferkante hier, hinter das Unterkieferende, und klicke einmal in den leeren Raum und setze damit meinen ersten Punkt. Und dann klicke ich mich über alle Zähne nach vorne weg, sodass ich jede Wurzel, die wir jetzt hier angeschnitten sehen, einmal kurz markiere. Darauf kommt es jetzt nicht an, dass wir hundertprozentig genau sind. Ich klicke hier zweimal in den leeren Raum, in die Mitte des Alveolarfortsatzes also, klicke hier den Weisheitszahn, das ist Zahn Nummer 3.8, einmal kurz an und höre auf der rechten Seite mit einem Doppelklick auf. Damit ist die Panoramalinie eingezeichnet. Die eingezeichnete Panoramalinie erzeugt dann auf der rechten Seite des Monitors hier eine Projektion. Diese Projektion entspricht der roten Ebene, die wir jetzt im 3D-Modell hier sehen können, als dünne rote Linie. Ich kann das auch mal einblenden als geschlossene Ebene, dann erkennt man es noch ein bisschen besser. Man sieht jetzt hier also die Panorama-Ebene, man sieht die Horizontalebene gelb, die Panorama-Ebene rot und das Blaue ist das sogenannte Befundungsfenster. Das ist das Fenster, mit dem wir den eigentlichen Befund später erheben. Mit diesem Fenster bewegen wir uns von links nach rechts hier im Bild über die einzelnen Zähne und können so jeden einzelnen Zahn quasi im Querschnitt sehen. Die Blaue Ebene tausche ich jetzt einmal aus gegen die Projektion innerhalb der blauen Ebene, sodass wir quasi die Röntgenprojektion jetzt mehr oder weniger eingeblendet haben. Und da kann man sehen, dass das rechte untere Fenster hier jetzt genau diesem blauen Fenster hier im 3D-Modell entspricht. Und wenn man das jetzt hier von rechts nach links bewegt, kann man sich sehr schön vorstellen, dass man die Zähne damit wunderbar untersuchen kann, also befunden kann. Ich vergrößere jetzt mal das Befundungsfenster hier an dieser Stelle und wir sehen einen wunderschönen Querschnitt durch den Alvolarfortsatz inklusive Zahn. Das ist also das Prinzip, in dem die DVT-Software hier an dieser Stelle funktioniert. Um jetzt noch eine bessere Übersicht hinzukriegen, werde ich jetzt in dem Panoramafenster hier rechts oben die Schichtdicke, das heißt die Dicke über die projiziert wird, die einzelnen Bildpunkte, die man quasi hintereinander legt, um ein Gesamtbild zu erhalten, werde ich jetzt aufdicken auf die übliche OPG-ähnliche Schichtdicke von ungefähr 15 mm. Dann sehen wir hier im Horizontalschnitt diese Schichtdicke genau eingeblendet. Wir gehen jetzt also genau 7,5 mm nach innen und außen mit unserer Projektionsdicke und haben rechts oben dadurch eine OPG-ähnliche Ansicht erzeugt. Das ist ein vertrautes Bild, was wir natürlich alle lange kennen. So, und innerhalb dieses Bildes können wir uns jetzt mit der blauen Ebene bewegen. Die blaue Ebene verschiebe ich jetzt hier gerade, wie Sie sehen, und schiebe die jetzt mal genau auf den Zahn 4,4. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen wollen, wie das verschoben wird, dann achten Sie bitte jetzt mal genau auf den Mauszeiger. Der hat jetzt nämlich eine Doppelfeil-Darstellung hier an dieser Stelle. Dann kann ich das parallel verschieben, indem ich also hier auf das Halbrund am Ende der Linie im Prinzip klicke und die Maus festhalte an der linken Maustaste. Und wenn ich ein bisschen weiter nach oben rutsche, erscheint hier ein Vierfachpfeil. Und wenn ich den klicke und festhalte, kann ich das also kippen. Ich muss das natürlich immer auf die Längsachse der Zähne eingestellt haben, damit ich den Zahn von oben bis unten entsprechend geschnitten habe. Und das wollen wir für den Zahn 4,7 jetzt einmal machen. Ich parallelisiere das also jetzt zur gedachten Zahnachse jetzt hier. Ich verschiebe das parallel auf die distale Wurzel des Zahns 4,7. Man sieht, der Zahn wird jetzt entlang dieser Linie, die jetzt blau zu sehen ist, längs geschnitten im hinteren Bereich. Und damit habe ich hier rechts unten eine Projektion erzeugt, die den Zahn wunderschön im Längsschnitt darstellt. Und das jetzt zu befunden, ist letztendlich nicht schwieriger als einen Zahnfilm zu betrachten. Man sieht sehr deutlich den relativ starken Knochenabbau. Wir sehen die Corticalis des Unterkiefers. Wir sehen hier den Alveolaris Inferior. Und das ist ein Befund, den wir alle natürlich sehr leicht erheben können. Lassen Sie sich an dieser Stelle hier von diesem Artefaktbild nicht täuschen. Das ist keine Karies. Immer da, wo Sie röntgendichte Materialien in der Zahnkrone haben, erscheint direkt daneben der Zahn sehr, sehr dunkel und schattig. Das ist an der Stelle Programm bei der DVT. Das passiert immer. Das ist keine Karies, sondern ein sogenannter Artefakt, also eine Ausblendung, bedingt durch die Rekonstruktion im 3D-Verfahren der DVT. Für die Befundung gehen Sie nun alle einzelnen Zähne hier im Prinzip innerhalb der DVT ab. Sie fahren also die blaue Linie entlang des Alveolarfortsatzes ab von links nach rechts, stellen das dann parallel zur Zahnachse ein und befunden die einzelnen Zähne da. Die Zähne 4-7-4-8 zu befunden ist an der Stelle höchst interessant für die Paudontose-Situation bei dieser Patientin. Zähne 3-5-4-5 sind da nicht weiter auffällig, denke ich. Das werden Sie selber feststellen können. Wir gehen jetzt mal auf den Zahn 3-8 und springen quasi zur anderen Seite rüber, schauen uns den Zahn 3-8 mal an. Ich stelle wieder auf die Längsachse ein und vergrößere das Bild hier. Und dann sehen wir hier eine Markierung links, die heißt also hier B-Bucal, L-Lingoal. Wir sehen hier etwas auf dem Zahn liegen, das ist natürlich der Alveolaris Inferior. Und damit haben wir die Lagebeziehung dieses Zahns zum Nerven schon mehr oder weniger geklärt. Wir bewegen uns jetzt ein bisschen dynamisch durch das Bild und schauen uns mal an, wo der Zahn denn jetzt genau langläuft. Das kann man auch sehr schön hier verfolgen. Und wenn Sie den ersten Befund erheben, sollten Sie noch auf einen verdeckten Befund in der Region 3-6-3-7 achten. Ein verdeckter Befund ist hier auch noch zu finden an der Stelle. Und dieser verdeckte Befund ist relativ klein. Man sieht ihn im Prinzip nur ganz kurz mal aufleuchten. Und diesen Befund sollten Sie auf jeden Fall mal versuchen einzustellen. Das übt so ein bisschen an der Stelle, denn dieser Befund ist sehr, sehr klein. Das war es für den ersten Befund. Und fahren Sie also den Kiefer wie bei einer Routineuntersuchung von einer Seite zur anderen ab, schauen sich jeden Zahn einzeln an. Den Befund selber zu erheben, ist nicht schwieriger, als einen Zahnfilm zu betrachten. Und die eigentliche Kunst dabei ist, dass man das Programm so benutzt und so einstellt, dass das relativ zügig geschieht, dass man die Befundung erhebt. Und das bedarf ein bisschen Übung und dafür haben Sie jetzt dieses Videotutorial, dass Sie sich das mal in Ruhe anschauen und dann auch mal so ein bisschen selber experimentieren, wie es mit der Software dann so läuft.